Präsident Barack Obama trat nur wenige Stunden nach den Explosionen in Boston im Weißen Haus vor die Presse. Zuvor war er von seinem Sicherheitsteam per Telefon über das Attentat informiert worden. Die Amerikaner werden heute Abend für Boston beten und Michelle und ich senden unsere Gedanken und Gebete an die Familien der Opfer im Sog des sinnlosen Verlustes. Bisher haben wir noch keine Antworten. Worte wie Terror, Terroranschlag oder Terrorismus schien Barack Obama bewusst zu vermeiden. Stattdessen sagte er mehrfach, wir wissen nicht, wer das getan hat, auch nicht warum. Und die Menschen sollten nicht voreilige Schlüsse ziehen, bevor wir die Fakten haben. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, wir werden auf den Grund dieser Sache gehen. Und wir werden herausfinden, wer dies getan hat. Wir werden herausfinden, warum sie es getan haben. Jeder verantwortliche Mensch, jede verantwortliche Gruppe wird in vollem Gewicht zur Verantwortung gezogen. Wir sind weiterhin mit den Ermittlungen beschäftigt, aber ich möchte mich einfach noch einmal wiederholen. Wir werden herausfinden, wer dies getan hat und wir werden sie zur Rechenschaft ziehen. Vielen Dank.